Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda Blog Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Chrome wird effektiver vor potenziell gefährlichen Downloads warnen. In einer fortlaufenden Bemühung, die Sicherheit seiner Nutzer zu gewährleisten, hat Google angekündigt, dass der Browser Chrome künftig noch gezielter vor potenziell gefährlichen Downloads warnen wird. Diese Maßnahme ist Teil eines größeren Sicherheitsplans, den Google im Rahmen seiner regelmäßigen Updates verfolgt. Insider berichteten, dass die neuen Funktionen vor allem darauf abzielen, Systemnutzer besser zu informieren und sie vor Malware und schädlichen Dateien zu schützen. Die neuen Warnmeldungen sollen in erster Linie bei Downloads von Anwendungen auftreten, die möglicherweise riskant sein könnten. Laut Googles Entwicklerteam wird das System mit einem verbesserten Algorithmus ausgestattet, der das Risiko eines Downloads umfassender analysiert. Diese Technologien könnten künftig deutlich machen, ob eine Datei oder Software als sicher oder gefährlich eingestuft wird. Experten erläuterten, dass hierbei verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, darunter die Herkunft der Datei, die Reputation des Anbieters und Nutzerbewertungen. Ein Sprecher von Google machte deutlich, dass der Schutz der Nutzerdaten oberste Priorität habe. Die Änderungen in Chrome seien eine direkte Reaktion auf die steigende Bedrohung durch Cyberkriminalität. In den letzten Jahren sei ein Anstieg an Phishing-Versuchen und Malware-Infektionen zu verzeichnen gewesen, wodurch das Unternehmen gezwungen war, seine Sicherheitsstrategien zu überdenken. Neueste Statistiken zeigten, dass viele Nutzer entweder die Risiken nicht erkannt haben oder die Warnungen eines bestehenden Sicherheitssystems ignorierten. Deshalb setze Google auf präzisere und eindringliche Hinweise. In der Vergangenheit haben Nutzer oft angegeben, dass sie den Sicherheitswarnungen des Browsers nicht viel Beachtung geschenkt haben. Die Entwickler planen, dies durch die Einführung intelligenterer und aufmerksamerer Warnsysteme zu ändern. Die Warnmeldungen sollen klarer und weniger technisch sein, damit sie auch von weniger versierten Nutzern verstanden werden können. Dabei wird auch der Tonfall der Warnungen an das jeweilige Risiko angepasst. Je gefährlicher die Datei, desto eindringlicher die Warnung. Zusätzlich zu den verbesserten Warnhinweisen wird auch angedeutet, dass Chrome in bestimmten Fällen Downloads automatisch blockieren könnte. Diese Maßnahmen wurden bereits in internen Tests erprobt, wobei Ergebnisse vorliegen, die darauf hindeuten, dass Nutzer durch solche Maßnahmen entlastet werden und sicherer im Netz agieren können. Highlight-Elemente wie farbige Warnsymbole oder begleitende Erklärungen sollen die Nutzer zusätzlich sensibilisieren und dazu anregen, über ihre Download-Entscheidungen nachzudenken. Einige Kritiker befürchten jedoch, dass zu viele Warnmeldungen die Nutzer eher belästigen als schützen könnten. Wie von Experten vermerkt wurde, könnte eine Überflutung von Warnhinweisen dazu führen, dass Nutzer diese schließlich ignorieren, was das eigentliche Ziel der Sicherheitsmaßnahmen gefährden könnte. Deshalb wird das Feedback der Anwender von entscheidender Bedeutung sein, um die Effektivität der neuen Maßnahmen zu bewerten. Die Einführung dieser neuen Sicherheitsfunktionen könnte auch Auswirkungen auf die Entwickler von Software und Anwendungen haben. Die Unternehmen müssen sich darauf einstellen, dass ihre Downloads strenger überwacht werden. Langfristig gesehen könnte dies zu einer Verbesserung der Softwarequalität führen, da Anbieter motiviert würden, ihre Produkte sicherer zu gestalten. Dies könnte insbesondere für kleine Entwickler von Bedeutung sein, die möglicherweise eine angepasste Sicherheitsnachweisführung benötigen, um mit größeren Unternehmen konkurrieren zu können. Google plant, die neuen Funktionen in zukünftigen Versionen des Browsers sukzessive zu implementieren. Die genauen Termine und Details werden voraussichtlich in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Die Vorfreude über die bevorstehenden Änderungen ist bereits spürbar und für viele Nutzer bedeutet dies eine neue Ära der Sicherheit im Netz. Abschließend lässt sich feststellen, dass das Bestreben, die Nutzererfahrung sowohl durch Sicherheit als auch Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung darstellt. Donnerstag, 25. Juli, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.